Ja, Phil, Glückwunsch. 5 zu 3 gewonnen bei den Kickers Offenbach. Was ein Spiel. Drei Tore geschossen. Hast du schon Worte, was heute abging? Ja, Dankeschön. Ja, ich glaube, heute war hier für jeden was im Stadion. Da war es dabei. Wir sind denkbar schlecht in die Partie gekommen, haben direkt drei Dinger gefressen. Da standen wir ja auch und haben uns alle erst mal angeguckt. Wir wussten gar nicht, was los ist. Ja, aber dann haben wir relativ früh gemerkt, dass hier doch noch was geht. Dann haben wir den Anschlusstreffer gemacht. Dann hält Tom super an den Elfmeter. Und damit waren wir eigentlich voll drin im Spiel. Dann machen wir direkt das 3-2, gehen damit in die Halbzeit, haben ein positiveres Gefühl, sitzen in der Kabine. Ja, haben uns nicht dumm angemacht, sondern haben uns aufgebaut. Und ja, wie gesagt, wir haben gemerkt, hier ist voll was drin. Wir wussten auch, dass wir das Spiel heute noch ziehen werden. Danke dir. Dankeschön. Ja, David, Glückwunsch zum Sieg und auch dir Glückwunsch zum Tor. Dankeschön. Ja, ziemlich irres Spiel. 3-0 Rückstand gedreht. Wie hast du es heute auf dem Platz erlebt? Ja, also wir kommen. Ich glaube, schlechter kann man in das Spiel nicht reinkommen. Direkt 3-0 hinten. Dann müssen wir uns natürlich alle nochmal schütteln hier in dem Stadion. Aber was wir danach gemacht haben. Also wir haben uns nicht aufgegeben. Und ich glaube, da kann heute jeder stolz auf den anderen sein. Jeder hat sich reingehauen, hat alles gegeben. Und dass wir das am Ende dann noch packen in der Halbzeit. Wir haben es gesagt, da ist was drin. Und dass wir uns am Ende dann jetzt noch 5-3 gewinnen, ist überragend. Danke dir. Markus, irres Spiel, würde ich sagen. 3-0 Rückstand noch gedreht. Glückwunsch zum Sieg. Ja, wie hast du heute die 90 Minuten auf dem Platz erlebt? Ja, es war ein sehr verrücktes Spiel. Ja, nach 12 oder 15 Minuten stand es 3-0. Da wusste ich erstmal auch nicht, weil es ist heute wieder los. Weil wir eigentlich von Anfang an relativ gut im Spiel waren. Aber dann ja, so die ersten, ja, die schießen dreimal aufs Tor, dreimal drin. Aber wir haben uns richtig geschüttelt und haben dann ein überragendes Spiel gemacht. Ja, haben dann auch 2. Halbzeit fast nichts mehr zugelassen. Ja, ein, zwei Schüsse auf 16er Höhe, die wir überstanden haben. Und dann, zum Glück haben wir dann noch das 5-3 gemacht. Da war dann der Deckel drauf. Und ja, einfach Hut ab vor der Mannschaft. Das war halt echt läuferisch, kämpferisch. Eine Top-Leistung. Danke dir. Bitte. Ja, Danny, unter der Woche auf der Spieltags-PK hast du gesagt, dass ihr den Kampf heute annehmen müsst. Ich glaube, das habt ihr mehr als getan. Und 3-0 Rückstand gedreht. Ja, wie ist dein Statement zum Spiel heute? So ein Spiel habe ich auch noch nie erlebt. Als Trainer nicht, als Spieler auch nicht. Dass man nochmal so zurückkommt. Also sehr denkbar schlecht gestartet. In zwölf Minuten drei Tore zu bekommen. Spieler rutscht aus. Erster Schuss wieder drin, wie so oft in der Saison. Kann man auch nicht erklären. So was nimmt man sich natürlich nicht vor. Und das spielt natürlich offenbar in die Karten. Das Publikum kommt. Und dann, ja, müssen wir uns erstmal schütteln. Und in dieser Phase kriegst du das zweite und dritte. Und dann war es ganz extrem wichtig, dass wir nicht den Kopf und die Nerven verloren haben und sofort dieses 3-1-Anschluss-Tor gemacht haben. Haben wir auch das Spielglück heute mal auf unserer Seite, dass der Elfmeter nicht reingeht, dass der Turm den super hält. Weil sonst wären wir wahrscheinlich auch mausetot gewesen. Und so haben wir uns wieder reingekämpft in die Partie. Es war dann ein sensationelles Fußballspiel, wie ich es auch noch nie erlebt habe. Und wir haben uns in der Halbzeit eingeschworen und haben gesagt, dass wir heute dieses Spiel gewinnen wollen. Weil wir heute dran sind. Weil ich zu keiner Sekunde daran gezweifelt habe, dass wir das Spiel dann in der zweiten Halbzeit entscheiden. Und das war dann in der zweiten Halbzeit. Das war Kampf. Das war spielerisch stark. Und Hut ab vor die Jungs. Danke und Glückwunsch. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Christoph vonorsteh versucht das. Das war's. Vielen Dank.